Es ist unglaublich, dass die Tiere, die uns so nahe sind, 97% gleiche DNA, dass man diese wieder trainieren muss, dort zu leben, wo sie eigentlich herkommen. Nur weil wir das Öl, das produziert wird bei diesen Plantagen, wo sie ihren Lebensraum verlieren, weil wir das Öl brauchen für Fertigpizza, Schokirigel und irgendwelche billigen Kosmetikprodukte. Yes, das habe ich nicht verstanden.